Ja Leute, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge der Beta von Battlefield 4. Ja, wir nehmen halt nochmal ein bisschen auf, bevor sie jetzt ganz endet, was er auch ein paar Tage tun wird. Ich habe hier ein bisschen Unterstützung mir geholt. Und zwar einmal der Laurin, den kennt ihr vielleicht noch ganz früher aus Terraria. Der ist auch noch dabei und ein Freund von ihm, der Andreas. Hallo. Hallo, ja. Ja, mit dem spiele ich jetzt hier ein bisschen, weil beim Toro, wie ist er ja schon, läuft das nicht ganz flüssig. Oder läuft das eher gar nicht flüssig. Und deswegen habe ich mir gedacht, drei sind besser als einer. So, wir spielen Domination, wie immer. Äh, Conquest, da findest du im Moment nur Spacken. Deswegen, gucken wir mal, was sie hier reißen können. Ah, ist schon direkt wieder gestorben hier. Geht aber noch. Ah, man, diese halbautomatische Snipes, ey, das ist unglaublich, dass man damit spielen kann, ey. Ich komme mit der überhaupt nicht klar, ey. So, auch Spawner ist mal wieder auf dem Dach hier. Spawner bei dir. Ja. So muss das. So, unten sind die Mongos schon wieder. Zack, komm. Ich bin ja wieder gestorben. Ich bin ja wieder gestorben hier. Die werden auch immer besser, die Spieler. Glaubt man gar nicht, aber es ist so. Merkt, dass die immer länger spielen hier. Am Anfang haben die das noch gar nicht gecheckt, wenn man auf dem Dach steht. Jetzt killen die einen schon. Obst oder? Ja, super. Wo bist du hin? Ja, ähm, auf den Boden geklatscht. Achso. Ja. Fallschirm war auch nicht mehr, ist auch nicht mehr das, was noch mal war. Das muss ich auch wieder dran gewöhnen. Komm, ich geh jetzt einfach mal runter hier, komm. YOLO. Da kommen die Saftsäcke. Nein, runtergefallen. Ja, wie ich gerade. Oh, komm, stirb. Nein! Ach. Was haben wir denn hier für Leute am Start? Ja. Das war jetzt Szena. Aber da sind sie auch schon... Alter. Kein einziger ist hier, Rang 0. Also kein Noob, sagen wir mal so. Das ist schon heftig. Ich nehme mal wieder die ACWR. Mal gucken. Die ist einfach... Ist nicht so gut, finde ich, wie die AK5C. Die rotzt einfach viel zu viel. Das ist am Ende, hast du keine Muni mehr. Ich komme hier rüber. Komm, 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 schade ich, schade ich, schade ich. Hau lau ihn hinten, hinten von der hinteren Treffer. Ich seh's. Schimmler, ja. Soll ich nehmen jetzt richtig mal Spray-Waffe hier? Der Team hat checkt das. So, jeder, yo. Typ 88. Haben wir jetzt ja auch freigeschaltet mittlerweile, seit ich vom Rasmus den Tipp gekriegt habe, wie man mit dem anderen MG, dem Starter-MG spielen kann. Ist eigentlich ja unspielbar, weil das so scheiße ist. Aber wenn man damit Burstfire macht, dann geht das. Ja, ja, weh, weh. Ja, sicher. Kommt der erstmal hoch, ich schieße den schon. Ja, komm, dann sag ich gar nichts mehr zu, zu so einem Mist hier. Ja, ich treffe den gar nicht, ne. Ich schieße drauf und wieder, der schießt wieder nur daneben, ey. Sowas, sowas liebe ich doch. Ist bitter. Diese Schutzschild, die die Gegner haben, ja. Ist unglaublich. Will ich auch haben. Ja, super. Das hat ja sehr viel gebracht. Ja, genau. Zünd mal C4, bitte. Danke. Ist da einer noch? Ne. Ah, okay. Ja, genau. Legen wir uns mal hier hin. Komm. Sehr spannend machen, ja. Ne, war nur Witz. Mach ich doch nicht. Ich doch nicht. Kämpchen ist was für Noobs. Oh, nein, 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 nein. Boah, ich bin wieder von einer Freckt hier. Also langsam kotzt mir das an, dass wir irgendwie nur eine Map haben. In der Battlefield 3-Wette hatten sie zwei. Ich verstehe nicht, warum sie hier nur eine gemacht haben. Parcel Storm hätten sie so reinnehmen können, das haben sie auch vorher schon die ganzen Videos gezeigt von den Battlefield 3, äh, Battlefield 4, äh, turnierender. Also, verstehe ich irgendwie nicht, warum sie die nicht mit reingenommen haben. Gut, dass wir den Modus, den hatten sie ja auch am Anfang gesagt, eigentlich nur Domination. Jetzt haben wir schon wieder verloren hier. Aber, äh, Halloween muss echt besser werden. Ja, absolut. Ne, ne, ne. Aber ich finde ich echt schlecht, dass wir die nicht noch reingemacht haben, weil das wäre nämlich noch was gewesen. Aber sehr wohl nicht gemacht. Toll, dankeschön. Na ja. Das ist schon fast Level 10 hier. Nehmen wir die nächste Reck mit auf, der war ja ein bisschen kurz. Das wird mal so kurz. Was haben wir denn hier für Statistiken hier. 2004, wenn wir uns rechnen, dann rechnen 9000 für mich. Jetzt noch 9000 Punkte, dann brauchen wir noch ein paar Runden. So, hier noch für... Hast du das auf Pause gemacht? Hä? Ne, ne, ne. Ich lasse die Deuter laufen, klar. Ist ja nur die kurze Zeit jetzt hier. Das kann man ja überbrücken. Aber selbst hier, selbst auch, wenn ich auf Hoch spiele hier, im Dings habe ich nicht 60 Frames. Da habe ich nur 30 jetzt zum Beispiel in dem Ladebildschirm oder so. Hast du da 60, Lauren? Ja, im Ladebildschirm eben nur 30. Das ist... Ja, klar. Aber im Normalspiel habe ich so 56, so um den Dreh und... Auf Ultra oder auf Hoch? Auf Hoch. Ich spiele nicht auf Ultra. Also auf Ultra kann ich spielen, aber, äh... Naja, auf Hoch ist halt die Framerate besser. Okay. Ja. Mir läuft es komischerweise auf Ultra relativ gut. Ja, ich habe... Also ohne V sync gerade über 60. Wenn ich stehen bleibe, sogar 70 FPS. Auf Ultra? Ja. Ja, der PC ist aber auch übertrieben. Ja, gerade. Zwischen. Gerade die Grafikkarte geholt, davor noch auf die Integrierten gespielt. Huha. Ganz böse. Was ist denn für eine Grafikkarte geholt? Ähm... Die PowerColor... 7,950 V2. Ist besser als... Ja, besser als die 7,970. Ungefähr wie die 7,970, ja. Ja. Schlechter als die Gigahertz Edition, aber nah dran. Na, ist auch gut. Ja, für 180 Euro. Muss doch gucken, je nachdem, wenn die 9 jetzt, die 280X, ich bin doch auf die Preise ein bisschen am schielen. Eventuell schicke ich meine zurück, aber ich glaube, ich bleib doch bei ihr. Ja. Was ja, hauptsache wenn du bist, du bist zufrieden, ne? Ja. Also wenn Battlefield 4 doch läuft, dann... Ja, ich habe ja die 6,60 noch, TI, also bin ich auch mit zufrieden. Moment noch. Ist das eine Zotec? Weiß ich gar nicht. Ah ne, es war die AMP, die von Zotec. Hm. Aber da kommt doch, glaube ich, viel auf dem Prozessor an. Also wenn der da jetzt hier... Ich kenne einen, der hat ein... Der Tore, der hat ja ein I3 mit Quad-Core, aber bei dem läuft das Battlefield 4 schon mal gar nicht, obwohl der eine... Ich glaube eine 6,50 hat, Grafikkarte. Da mit der müsste es eigentlich noch gehen, aber ich meine, der Prozessor hat... Der war so halbwegs. Ja, aber ich habe die 6,60 und ich bin ein TR, gut, aber ich meine, theoretisch so ein großer Unterschied ist dazwischen ja auch nicht. Da müsste das doch wenigstens, er kann das noch nicht mal auf Low spielen, ne? Also... Ja, die 6,50 waren die ganz so gut. Die 6,60 war schon ein gutes Stück besser. Ja. 6,50 würde ich ja jetzt nicht mehr kaufen. Ne, wir auch nicht mehr kaufen. Wird die doch hergestellt? Ne, ich glaube nicht. Ah, von der Seite. Guck mal, guck dir das an. Ich schieße wieder den Umriss von denen in die Wand, ne? Unglaublich sowas. Da musst du einfach mal no-scope, da geht halt. Einfach mal sprayen. Habt den Mut zum sprayen. Nein, nicht jetzt. Genau, sitzt ich gerade am Nachladen, da kommt der. Ja, ja, klar. Brasilianer, was macht der auf diesem Server? Er ist ein Deutscher. Haben die keine eigenen. Aber was schimmelst du hier schon wieder rum? Da sind zwei hinterm Heli. Ach, hinterm... Hinterm Heli. Der lebt doch, ne? Gut, dass du ihn nicht tötest, danke. Wieso, ich hab den getötet? Nein, der hab mich gar getötet. Gelagg mir noch. Ich kam ja aus dem Jenseits, hat sich gerecht. Scheiße, ich bin gestorben. Ha. Oh, spawne ich bei dir, werden wir beide getötet. Sorry. Das ist echt manchmal, ey, da stippst du so schnell. Das haben sie auch echt noch geändert. Am Anfang ging das noch, einigermaßen mit dem drauf spawnen, aber das ist jetzt mittlerweile, du spawnst direkt und du hast gar keinen Schutz mehr. Nichts mehr. Frägst sofort. Nein, ich bin jetzt gerade auf meiner Granate gespawnt, also auf der Unigal ist daher. Och. Hör mal, jetzt. Ich renne um, der rennt um die Ecke, ich schieße die ganze Zeit drauf, der schießt einen einzigen Schuss mit der Shotgun. Ich fliege direkt mal frontal gegen die Wand hier. Ah, Leute, Leute, hört auf zu snipen. Absprung. Banzai. Ja. Schon wieder mit der Shotgun, der Junge. Boah. Ähm, jetzt brich die Scheiße weg, jawohl. So, der Punkt ist eingenommen. Och. Dreh sich vom einen weg, steht der andere vor dir. Das ist mal wieder typisch. Battlefield. Ja. Der hockt die ganze Zeit da. Das ist unglaublich, wie der da sitzt. Ich hab gerade ein halbes Magazin auf eine Leiche geschossen. Aber es ist halt, ja. Das sah aus wie ein Sniper. Ja, ich kenne die auch manchmal. Da bleiben die, ich weiß nicht, wie das passiert, aber da bleiben die manchmal inne so stehen oder so. Die bleiben auch liegen und sehen aus, als wären die noch am Leben, aber sind trotzdem tot. Oh, der lag bei mir genau an der Kante. Oh, oh, wer kommt denn da? Schlicht. Oh, ich will noch ein Prozent leben, das wird knapp. Ich glaube, ich muss sich mal jetzt hier hinschimmeln. Oh, ich hab schon gedacht, wer steht denn da? Danke. Das ist ein Problem. So. Wo sind die jetzt? Wo spawnen die jetzt bei B, ne? Oh, ja. Das ist schon wieder tot hier. Wir sind auf dem Dach. Aha. Oh, nee, 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 nee. Nicht der, boah, die shotgun ist sowas von overpowered. Ah, von hinten. Im Aufzug. Spiele ich jetzt auch mal hier. So, und mit der reise ich jetzt gar nichts, ey. Nur um abwechseln, mit der fucking Ellipse. Gibt's so einen Aufsatz und ich weiß nicht, wie der heißt, ne, da ist es so und nicht mehr so ein Kreis, Entschuldiger Kreis, sondern so eine Ellipse. Das sieht echt lustig aus. Und zum ganzen Aufzug mit abcampen, wenn du davor sitzt, so breit ist die. Woran liegt das, wenn ich nicht mehr respawn? Weiß ich nicht. Eine Maus. Ah, das ist ja. Oh, shit. Oh, nicht schon wieder von hinten. Jetzt habe ich die Shotgun natürlich, ist natürlich die beste Waffe. Pass auf. Pass auf, die sitzt da hinten, ne? Ich mache jetzt Multicam mit der Pistole. Passt auf. Ja. Wie kann nämlich denn mit dem M390 gehen, wenn ich da um die Ecke starte? Hat er von Bohren geschossen an ihm, oder was? Mann, 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 hier. Auf dem Dach an der Leiter sind es einige Gegner. Oh, was du sagst, zack, zack. Oh, ich habe Koyote freigeschaltet. Nice. Pass auf, die sind da direkt um die Ecke, ne? Ja, ich habe es gemerkt. Rennen wir rüber. Oh, das war knapp beinahe runtergefallen hier. Countesskill 95, danke. So, die neue Verarsche von Melfit 4. Countesskill. Du kriegst einen Kill, obwohl du den nicht gekillt hast. Wüsste. Ja, wenn du quasi draufschießt und du würdest den töten damit, ich weiß nicht, wie dir das berechnet, aber du tötest ihn halt nicht selber, sondern an anderer kommt in die Ecke, dann kriegst du dieses Countesskill. Das ist lustig. Ja. Sicherlich. Sicherlich. Oder habt ihr es gesehen gerade? Ich renne rein, der... Pass auf, Laurin. Pass auf, Laurin. Ach, ach, André, pass auf. Ich habe den noch. Den nächsten durch mit zwei noch. Zack. Ich habe mal einen Shotgun-Noob hier. Oh, da hinten. Oh, 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 die kommen aus dem... Oh, 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 wie viele kommen denn da aus dem Aufzug? Okay, das war's. Weiter dauern. Ah, zwei nicht schneller gekriegt. Na, da waren noch drei andere. Oh, man. Ja. Das habe ich mir auch gedacht. Das waren bei irgendwem von euch. Ich habe nicht dieses Koyo-Thema freigeschaltet. Das ist nice. Und die Runde ist gleich zu Ende, ne? Ah, wir haben sogar gewonnen. Wissen mal, wenn wir nicht auf dem Dach rocken, dann geht das. Das sind wir eigentlich die Mannschaft, die auf dem Dach rockt, die verliert. Jo, schön. Gut, ich glaube, das reicht jetzt erstmal noch eine dritte Folge. Das machen wir nur... Ne, das lassen wir jetzt machen. Komm. Die lief gerade so gut, wenn es schon am besten läuft, so war ja aufhören, ne? So sieht's aus. Ja, guck mal gerade mal. Hat wieder nicht gereicht, oder? Komm, wie viele Punkte habe ich gekriegt? Komm, komm, komm. Das wie hier, das wie hier. Ne. Da fehlen noch drei, drei... Wie viele fehlen da noch? Jetzt kann man gucken. Vier, fünf, fünf bis fünf. Okay, 5500. Ja, nächste und übernächste Runde geht das dann klar. Aber vielen Dank erstmal, dass ihr wieder zugeschaut habt. Und ja, wie gesagt, das wird jetzt vielleicht ein bisschen eintönig, aber wir gucken mal, wie viel wir da jetzt noch machen. Aber wie gesagt, dann die nächsten Tage kommt er dann noch schon bei FB4 raus. Wir haben ja schon bis jetzt ein bisschen aufgenommen. Also bleibt dran, ne? Und danke an euch beide erstmal. Vielleicht nehmen wir noch eine auf, aber auf jeden Fall, haut da rein. Bis dahin. Tschüss. Ciao.